Was ist das schon wieder? Super Power Fight Club Was geht? Was ist das schon wieder für eine gequillte Kacke, Alter? Oh nein Boah, es gegen Nightblade! Super Power Fight Club Boah, wenn wir in drei Minuten die Fresse einhauen, gewinnen wir Okay Wo ist er denn? Wir sehen nicht mal Da sind sie Bam Bats Sack Wegfetzen einfach Einfach wegfetzen Go Baby, Go Baby, Go Was machst du dauernd, gell? Was? Go Baby, Go Baby Ja Ja, zack Fuck Ach, komm schon Schnapp in dir Ja, super Zocky, du hättest es nicht die Aktion machen sollen Was hätt ich nicht? Boah, du hast mich weggerannt Ja, töte doch lieber andere und nicht den, wo ich grad töte Ja, das war nur noch der Achso, okay, dann Sorry Jaaaa Bam Boah, die haben alle Dinge Ich bin tot Alter, die haben mich kurz zerfetzt Ciao Ja, ich komm nicht mehr weg, weil ich brenne Jaaaa Genre Ich kann mich nicht mehr bewegen Ja, ich bin tot Vergiss es Ja, das war's Ja, aber soll ich wissen, dass da plötzlich Alter, dass die auch Telekinese haben und Alter Alter Ist das Hauptmission? Ja Welcome to Superpower Fight Club Wir haben doch Nightblade schon gekillt Zack In your Brustkorb In your face Aua Alter, hast du mich weggepopst Jaaaa, ist okay, hör auf mich zu boxen Ja, bleib doch weg, wenn ich die eins und zusammenschlage Ja, das ist der letzte, glaub Ja, mach du den Er ist tot Jetzt pass auf Die haben magische Kräfte Jaaaa Hier wegliegt Boah, und ich auch Jaaaa Ah, fuck, den kann man nicht schlagen Nimm Eis, nimm Eis Ah Ich bin gleich tot Schon wieder Moment Was, Eis? Aber, ich bin tot Helft mir Helft mir Helft mir Danke Ich kümmere mich um den Feuer Ich kümmere mich um den Feuer Jaaaa Gib ihm Bam Das war's, oder? Was kommt jetzt? Dritte der Letzte Nightplay Okay, Nightplay ist da Hauen wir ihm die Fresse ein Nightplay Ja, und seine Fotze Komm her Daaa Komm her Daaa Komm her Ich kümmere mich voll Exekutieren Exekutieren Zaaack Paz 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 Iiiihihihi Hahahaha Alter Jawoll Korrekt Wuh, Gold Gut gemacht Fight Club Geschafft Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Vier abgeht Yeah, 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 yeah Fünf tausend Nicht schlecht Das ist korrekt Kriegt noch 250 drauf Okay Jetzt haben wir diese Mission gekriegt Toll Cool Jetzt dürfen wir uns prügeln Mit irgendwelchen Spacken So, jetzt sind wir fertig Gut Ähm Jetzt, ich möchte ganz normal laden Und Munition kaufen Und wenn wir Munition haben Dann würde ich gerne Wo sind wir überhaupt? Ah, da ist gleich ein Friendly Fire Und dann würde ich noch schnell kurz neue Glamösen kaufen Okay? Wenn's beliebt ist Ja Ja Und versuch das Ding nicht zu hacken Sonst kommen die wieder Scheiß aufs Hacken Ich versuch's jetzt Nein, warte, bis ich eingekauft hab Dann kannst du's hacken Der Laden ist gesperrt Man muss ihn hacken, sonst kann man nicht einkaufen Also streng dich an Oh, das ist doch so gay Achso, das ist gar nicht der Doch, das ist der Laden Aber das ist Alter Wie ist das gemeint Ja, Security Ja, Security Scheiße Guck, jetzt kommt sie schon Aber ich hab's geschafft Ja, ich hab's geschafft Juhu Ja, Muni kaufen Mh Chin-ching Cha-cha-cha-ching Cha-cha-chi-ching-ching Yeah Okay Waffen verbessern Ich würd gern die hier verbessern Und zwar Ja Den Schaden höher machen Was? Nicht genug Geld Ach komm Säure-Munition Auch nicht genug Geld Scheiße Wir müssen irgendwie Geld An Geld kommen Irgendwie Ich schau mal, ob auf meinem Bankkonto vielleicht noch was ist Aber ich glaub nicht Nein Ich kann noch kein Bargeld abheben Wir müssen irgendwas machen, was fett Kohle bringt Mehr Dinge einnehmen Ne Wie ne Was ist die Faust? Was ist die Faust für ein Zeichen? Ah Ihr schon nieder Go baby, go baby, go Ciao, ich bin wieder weg Tötet mich ja gleich wieder, echt Zum Kratzen mit dem Das ist so unnormal schwer Geht mir nicht auf den Sack, ihr scheiß Kops Was? Ähm, wenn du dann soweit bist, könnte ich deine Hilfe gebrauchen Nein? Doch Aber Ich tue jetzt hier meine Waffen ein bisschen verbessern Ja, dann kommen sie gleich zu dir und laden und töten dich Egal Bäm Gott Ja, das bringt auch Kohle, wenn wir die Dinger einnehmen Wusste ich's doch Ach nö, oder? Geschlossen Ges-geschlossene Gesellschaft, ja? Was ist das für einer? Nein Stopp Ich muss hier weg Tut mir leid Ich brauch Energie Bleib stehen Ich brauch Energie Alter, ich krieg dich ständig von denen Energie Aber irgendwie doch nicht Ja, super, jetzt wurde ich aus dem Laden geschmissen Ja, wenn du immer so ewig brauchst, Alter Was ist los bei dir? Ja, Waffen verbessern, Munition kaufen Das dauert seine Zeit, was ist los Ach, was? Das hast du in ein paar Sekunden erledigt Ja, ja, schon klar Ja, schaff ich doch auch Ich tu jede Waffe Ganz genau noch bestimmt den Text durchlesen Ja, und schon bin ich down Ich komme Im Laden, oder was? Ja Man kann ja nicht mal in Ruhe schocken Ja, ich leg dich mal neben dich Ich leg dich mal neben dich Ich leg mich mal neben dich Oh, Mann In diesem verkackten Spiel kann man nicht mal in Ruhe einkaufen gehen, Alter Was ist da los? Ja, ich hab da grad so ein Ding eingenommen Ich bin da vorbeigelaufen und schon haben die angefangen zu schießen Und dann hab ich halt zurückgeschossen Wo geht's ab hier? Ja, jetzt nicht mehr Okay, gut, Pech So, jetzt würde ich noch sagen, Klamotten kaufen Klamösen? Oder bist du jetzt fertig mit Waffen kaufen? Ich bin fertig mit Waffen, ich hab meine zwei goldenen Diegels Also ich will, ich will, boah, was? Boah, guck mal wie viel Kohle du hast, du Penner, Alter Ich würde gerne noch Klamösen kaufen gehen Äh, hier Okay Ich bin dann mal weg Ich bis heute Das kommt hin Ja, kommt hin Myeieieieieieieii Hier kann man richtig gute Klamotten kaufen. Bäm, bäm, bäm. Ich kauf aber nur ein Outfit wieder. Und zwar kauf ich diesmal... Nein! Bordsteinschwalze. Das kleine Schwarze. Ah, hier gibt's irgendwie nicht so tolle Sachen. Reiches Mädchen. Und jetzt? Geh mal in ein anderes Laden. Ja, der ist nicht so gut. Der gefällt mir nicht. Nein, einen anderen Laden. Und der nächste Laden... Guck mal einen, den wir hacken können. Der nächste Laden... Oh, da oben ist sogar ein Chirurg. Ich geh jetzt mal zum Chirurgen und tu mich mal ein bisschen so... Ah, ich hab gar kein Geld. Ich brauch mich gar nicht. Der nächste Laden ist hier. Oh... Okay. Der ist gar nicht so weit entfernt. Oh, ah man! Ich geh' zu dem anderen Laden da unten, weil... Ich geh' den hacken dann. Ach du Scheiße, nein! Was? Ah, versehentlich ein Auto gerammt. Oh, toll! Ich bin irgendwie aufgestiegen, keine Ahnung warum. Ach... Ist schon witzig. Ich hab' so'n Ding eingesammelt. Wuhuuu! Ich bin mal im nächsten Laden. Hä denn? Bei diesem Klamottenladen waren wir noch gar nicht. Oder? Doch. Der ist gehackt. Ey, yo! Was geht? Was ist denn hier für ne... Klamottenstil? Was ist das denn? Outfits. Lass mal gucken. Oh nein! Oh Gott, was nehm' ich? Das ist cool. Aber ich find das auch nicht schlecht. Ja man, ich kauf das. Das ist geil. Okay. Yo! Oh mein Gott, der echt. Hä? Hä, warum krieg ich jetzt auch Punkte dafür, wenn du das hackst? Versteh' ich nicht. Ich versteh' ich nicht. Muss doch nur einer von uns das hacken. Ich komm' mal zu dir. Ach, das ist kein, das ist kein, äh, Hack. Das ist kein Klamotten durch nen Tattoo-Laden. Cool! Ich hab' die Scheiß auf Tattoos. Boah, was können wir so machen? Kopf! Was gibt's da so? Muss doch mal gucken, Alter. Ach ja, gut, ich... Yeah! Bildkatze. Cool, Tattoos gibt's jetzt auch. Aber... Ich hab' kein Ding. Yeah, mit meiner Haut, Alter, sieht man gar nichts. Das ist dumm. Dann wird's Zeit, dass du dir was normales anlegst. Ja, ich hab' schon chillige Sachen an. Hey, was geht? Alter! Hahaha! Was geht ab? Ha? Hast du, ich will in Westerfield oder so? Yo, man! Okay. Ja, und du, Cyberpunk, Alter, was ist los bei dir? Oh, nö, oder? Ich schlag' dich und... Polizei. Oh. Oh. Ich schlag' meinen Hedge-Shot der Bulle. So, verpissen wir uns. Nö, tschschschschsch... Also das nächste... Was machen wir als nächstes? Go, baby! Go, baby! Go! Auf jeden Fall ein bisschen Kohle verdienen. Get-Way! Wie wär's damit? Gehen wir mit Kensey aufm Schiff. Ich habe die Tür gefunden. Komm. Wieder zurück. Warum müssen wir immer wieder zurück? Okay. Wo ist Kenzie? Ach, die sitzt hier. Yo, Kenzie. Das ist gleich mal vögeln. Die wird nicht auf dem Stuhl öffnen. So, geh ab, dass ich auf dem Boden bin. Ich weiß echt nicht. Also, ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Ach, ich gehe mal hier raus. Ach, das Portal ist gesperrt. Ach, gut, dann gehe ich hier raus. Hä, doch. Ne, das Portal ist nicht gesperrt. Ich bin mal woanders raus. In eine Stadt, wo wir noch nicht waren. Haben wir das nicht schon als Nebenmission gemacht, oder? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Nebenmissionen man so oft wie möglich machen kann, oder? Kann das sein? Das habe ich ausgefüllt. Ja, danach machen wir wieder eine Hauptmission. Fight Club! Franty, Fire und Hektis mal. Oha! Das wird immer besser. Alter, Walter! Das wird ja immer besser. Security, oh klar. Blablabla, 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 blablabla. Kommt jetzt wieder. Ja, ich habe es. Wuhu! Gehackt. Musst du es auch noch hacken, oder? Bin gerade dabei. Ja, Ziel erreicht. Okay, dann gehe ich mal kurz da rein. Gucken wir, ob ich jetzt noch kurz, mal ganz kurz verbessern kann. Nein. Kann ich nicht. Dann halt nicht. Oh, Mann! Ich will nichts. Hacke Rimjobs. Komm. Warte. Ja, geh schon mal vor. Ich muss nur kurz Bargeld abheben. Vielleicht kann ich dann endlich mal Säure-Munitionen. Dann will ich die ein bisschen schmelzen lassen, die hässlichen Aliens und Roboter und haste nicht gesehen. Da ist nicht genug Geld. Verdammt! Was kostet das? Ja, komm, ich pushe jetzt noch den Schaden nach oben. Ich habe jetzt meine gegunte Karre geholt. Verdammt, das kostet 10.000. Ich habe so wenig Geld, verdammt. Wieso? Egal. Wenigstens ein bisschen gepusht. Go, Baby! Go, Baby! Go! Go, Baby! Juhu! Bam! Bam! Man geht's. Hast du's gehackt? Nee, warum? Noch nicht? Oh, jetzt hack ich's. Warte, ich sammle hier die ganze Zeit hier so Datenpunkte ein. Ja, ist gut. Ups, ups. Was war das denn jetzt gerade? Ah, ich bin bei dir. Okay. Your hack. Nein. In your hack. Was? Ah, ins Maul. Das macht mich immer sehr nervös, echt. Scheiße! Das langt nicht. Kacke! Verdammt! Ich hab jetzt Scheiße gebaut. Ja, ich auch. Ich hab das auch gebaut, wahrscheinlich was du gebaut hast. Und das ist Scheiße. Wie kann man das wieder löschen? Oh nein. Oh nein. Sie schießen schon auf uns. Du hast sie schon angelockt. Weil du Scheiße gebaut hast. Okay, ich bin auch Scheiße gebaut, dann hast du sie auch angelockt. Natürlich aber. Nein, ich hab sie nicht angelockt. Nur du hast sie angelockt. Naja. Meine Zeit war noch nicht abgelaufen. Ah. Ja, die schießen durch Wände, ist klar. Ja, genau. Das war's, wir sind tot. Alter, das ist doch beschissen. Überhaupt nicht übertrieben. Nein, gar nicht. Schwierigkeitsgrad einfach. Wir hätten einfach nicht hier so... Wir sind die Mega-Pros, nur weil wir hier Ding 3 durchgespielt haben. Was ist das? Was ist denn das? Was denn? Na, das Teil hier. Kann ich nicht, das ist nicht. Ja. Ich bin schon bei Rimjobs. Oh, und meine Karre steht auch noch da. Na jetzt. Äh. Ah. Ja, 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 ja. Okay. Boah, was? Uhu. Hoffentlich kriegst du es jetzt hin. Du musst außen rum. Außen, außen, außen rum. Nicht oben rum. Versuch, außen rum zu gehen. Understand me? Mhm. Äh, oder auch nicht. Ich peil's wieder nicht. Ach man, Lockdown in 30 seconds. Nein, ich will nicht sterben. Äh, ich hab's wieder nicht hingekriegt. Verdammt. Oh, sorry. Rechte Maustaste. Raus. Raus. Okay, sie sind wieder da. Und ich bin schon down. Alter, du siehst so. Und ich will dich wieder belehnt, ich bin down. Wo, wo? Schlag sie tot, Alter. Ich seh nichts mehr, Alter. Boah, das spielt alles verrückt. Äh. Ey, das ist doch gay, Alter, Mann. Ganz ehrlich. Mich kotzt es so an, diese Scheiße. Oh Gott, Alter, ist das behindert, Mann. Das ist eine Hauptmission. Nein, ist es nicht, gell? Weiß, weiß nicht. Ne, weiß nicht, was du da gewählt hast. Ne Nebenmission, glaub ich. Aber hacken müssen wir die Scheiße oder so. Ja, eben. Das ist es ja gerade. Aber das kann doch nicht so schwer sein. Sind wir so dumm, um das zu schaffen, oder was? Dein Auto steht noch immer da. Ja, lass es das stehen. Das gibt es doch nicht. Äh. Jetzt, ich hab's. Also, ich hab's jetzt. Ich schaff's jetzt. So, du Schlampe, hab ich dich doch. Wusste ich's doch außenrum. Okay, ich hab's. Yay. Yo, was geht? Alles klar? Yo, yo, wir haben's eingenommen. Hast du's geschafft? Ne. Wieder nicht. Okay, jetzt müssen wir noch Rusty... Ich muss Rusty hacken. Viel Spaß. Lock nicht so viele an. Ne. Du musst außenrum. Ja, ja. Ja, ja. Nein, da... Och, komm. Jetzt hab ich in Zw... Das hat gepasst und ich hab nur ein Zwischenstück vergessen. Hä? Ich muss es gar nicht mehr hacken. Ja, weil ich's gehackt hab. Achso. Hm, hm. Weil ich's geschafft hab. Einer von uns muss es schaffen, weil sonst kommen die Aliens. P-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Ich kann nur meine Karre nicht stehen lassen. Wuuu! Wuuu! Alright! Alright! Yeah! Bam! Was ist das? Achso, jetzt... nochmal hacken. Oh, ich mag das Spiel langsam nicht mehr. Äh... Ja, mach mal einfach so und dann... Nein! Hm... In 30 Sekunden. Eh... Security, brief. Lockdown in 30 Sekunden. Jetzt kommt er gleich wieder. Aber ich hab's geschafft. Juhu! Go, baby, go, baby, go! Komm, steig ein. Hey, wie, 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 wie geht das nochmal? Okay, warte, ich will erst wissen, was wir als nächstes machen müssen. Lade ein Virus hoch. Okay, ich steig ein. Okay, ich habe isoliert das beste Platz, um ein Virus in dieses Bereich, um es zu verhindern. Hallo? Ich bin sicher, dass es viele Defensoren wird auf dich, um das Bereich zu verhindern. Das sieht sowieso so billig aus. Das brauchst du gar nicht machen. Das kommt gar nicht cool, man sieht keinen Rauch, nichts. Ja, ne, wenn ich aber das mahle, habe ich voll die Beschleuner, habe ich voll den Boost. Wohin? Komm ich voll geil vom... Wohin? Irgendwo hier dazwischen ist das. Ciao. Hey! Du Sack! Dafür schmeiße ich dein Auto durch die Gegend. Bist du noch in dem Auto? Ne, ich bin schon weg. Ach so. Schade. Guck mal, ich bring dir dein Auto. Lass mein Auto da stehen, du nerd. Geht's ab. Komm lieber her, Alter. Ich bin hier bei den Bullen. Was muss man machen? Was muss man tun? Die Welt hätten! Alter! Was hast du gemacht? Die Mission angenommen? Komm jetzt her! Ich komm ja schon. Ich bin down. Ja, ich hole euch doch schon. Ist doch gut. Ich will auch die Knarren haben, die sind voll cool. Alter, hier sind überall Cops. Und überall schon wieder dieses blöde Gepiepe immer die ganze Zeit. Bam! Body Slam! Ich bin der smarte Typ mit dem Zylinder. So, das war's. Da, hier ist ein Dings. Da kommen noch mehr. Oh. Ach so, sind unsere Saints. Ups, ich töte unsere Saints. Ey, was ist? Was ist? Bam! Ja, genau. Da, hier. Fress dein hässliches Motorrad. Was ist mit dir? Hier, küsst die Wand. Was ist? Ihr hässlichen Polizisten. Das macht so Spaß mit Telekinese die so rumfliegen zu lassen. Oh nein. Oh. Oh nein. Nein. Komm her. Bam! Baaass! Jeha! Power Slam! Noch einer. Alter, kommen da eigentlich Bullen oder was kommt da? Alter, kommt unendlich Cops, man. das muss doch die Dinger kaputt schießen hier welche Dinger? da wo sie es parten ach so BAM BAM ja und wo parten worten parten ich mein warten sie sich jetzt hin hier ist die Kugel aber das Problem ist dass die auch von der Straße her kommen und nicht nur aus der Kugel ja geschafft wir haben es geschafft yeah Nices Auto jetzt lass uns verpissen ja viel Spaß bei der Suche von einem Auto das ist kaputt genau das hab ich bisher durch die Luft geschmissen was es hat treue Dienste Alter okay das Auto ist auch hin also ich hab ein neues Auto ich weiß nicht was du hast ja ich hab ein kurzes neues bestellt aber ich bin viel schneller als ein Auto bist du sicher? Juhuuu klar bin ich schneller als ein Auto und so wie Ding äh Hulk und hüpf so durch die Gegend kann das sein dass wir falsch laufen ah ne also ich nicht ich weiß ja nicht du aber ich nicht ja komm lauf doch hoch ich lauf das Gebäude nach oben Junge 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 wir müssen wieder zu Kinsey aufs Schiff auch ist das gay alter siehst du ich war so schnell wie du mit dem Auto